Zwei Dächer, ne Dachluke. Führt den letzten Rest. So, dann brauche ich jetzt Fiber, Sedge, äh, Holz, Wut, äh, was? Ah, da ist die Chapter, die Chapter brauche ich einmal, ähm, zweimal, was braucht denn da für, äh, Hied? Hied, 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 zu wenig. Okay, dann nochmal Halt holen Halt Oh fuck Halt, 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 halt Halt So, ein Schiffchen So, Halt, brauche ich nicht mehr Äh, das ist ein privater Server Ich sag jetzt schon nein, du kannst nicht beitreten, wenn du das fragen möchtest Ist nämlich nicht meiner Hier dürfen nur bestimmte Außerwählte drauf Entweder muss, äh, ja, entweder muss da gekannt werden von Freunden von dem Server Leader oder eben von anderen Freunden von Server Leader eben Davon muss man empfohlen werden Äh, soo, was war's jetzt noch? Äh, das Sägeweckmach Äh, das Sägeweckmach Machen wir unclaimed raft, ne? Hallo? Äh, das Sägeweckmach Was war's nochmal? Okay, no brothers Was weiß ich, was das ist überhaupt? Ah, gut Ich hab's schon selbst gefunden Sooo Äh, danke Akani So, mal gucken, wie ist das hier gebaut, so ist das Yeah Mhm So, ok, dann weiß ich Bescheid Meine Ich hab's schon aus Das ist großer Untertitelung des ZDF, 2020 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 schlecht schlecht ist auch nicht der weltuntergang gibt schlimmeres gibt echt schlimmeres da geht es nicht da geht es da geht es wiederum nicht natürlich das ding abreißen noch mal bauen meine fresse noch mal jetzt mal testen ob das beide seiten geht wenn ja gut wenn nein schlecht geht geht wieder nicht jetzt wie lange verarschen oder was ja ich komme mir gerade wie ein neues boot geht das jetzt auf der seite nicht mensch ok die doofe sorg kommt nicht ich das richtig verstehe ich mag ja keine partys oder was komm schon jetzt aber kommt schon pass bitte da passt es da passt es ja schon wieder nicht das ist warum wir das nicht einfach funktion ok abbrechen so mal kurz drehen das ist eine rechts drehen so vielleicht funktioniert es jetzt so noch einmal schauen immer noch nicht hier passt es hier passt es auch hier passt es wiederum nicht warum passt es hier warum passt es hier warum passt es hier verstehe ich nicht oh Gott hier passt es doch auch verdammt hier passt es doch auch verdammt 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 tüsche äh 15 uhr 15 uhr wieder zu weit links ja so eine seite habe ich noch nie Säule gebraucht habe ich auf keinem Schiff bisher gebraucht habe ich jetzt schon wieder verschoben Mensch Jojo bis dann Akani viel Spaß noch ja natürlich also ist das schief ja Laguna ja Laguna ist Laguna gewesen verdammt könnte wieder nicht passen noch eine Krise aber jetzt ich auch es ich auch es ich auch ich auch